Was geht ab zu einem neuen Video, ich hoffe euch geht's gut. Leute, heute wird's absolut krass, wir haben hier einmal T1, was geht, willst du es vorstellen? Nein, alles klar, perfekt. Nein, komm, stell ich vor. Ja, ich bin Timo Kunze, fahre für Madgearscape vor dem G-Shock. Ja, bin deutscher Meister. Also könnt ihr euch vorstellen, deswegen der Titel, bester Fahrer Deutschlands, ich denke mal, das ist okay. Übrigens ist mir aufgefallen, nur ein ganz kleiner Prozentteil von euch hab mich abonniert. Also abonniert doch mal, verdammt! Seh ich auch so. Wir spielen nämlich heute einen Cowling-Nightshot. Komm, stehricht dein Papier, wer anfängt. Stehricht dein Papier. Ich call ihn als erstes, wir fangen auch straight an. Hast du eingefahren? Ich bin eingefahren. Er ist eingefahren, gut, wir fangen an, Leute. Wir haben hinten nämlich einen neuen Step-Up und da will ich mal einen Flip-Job-Oppo-Transfer sehen. Wir fangen direkt an, wir fangen straight an. Machst du den? Du hast auch gar keine Wahl, um ehrlich zu sein. Komm, wir gehen jetzt mal rüber. Wie ihr sehen könnt, das neue Step-Up, das ist am Start und das ist wirklich krass, Oppo zu flippen. Ich hätte gar keinen Bock drauf, aber du schon, ja? Ich schon. Er macht ihn jetzt, also, ja, wie gesagt, keine Wahl. Komm, wir gucken uns mal an. Ja, chillig! Also... Digga, erster Trick, dir hängt schon so ein krasser Transfer. Sehr, sehr wild. Bruder, hast du richtig wild gemacht? Dankeschön, danke. Sehr, danke. Tokio trifft sein Vater. Damit ihr Bescheid wisst, wir dürfen die Tricks so lange machen, wie die gestanden haben, also egal, wie viele Tri's. Und da ich noch immer noch nicht so krass fahren kann, muss ich noch ein bisschen chillen. Aber du kannst mir jetzt erst mal einen Trick callen und ich bin gespannt, was ist ein Trick. Okay, da du mir gerade als ersten Trick hier Flip-Backwards gefahren hast, verleg' dir auf jeden erst mal ein Player von der Pops ins Resiland. Oh, okay. Okay. Er ist schon ein bisschen, muss ich echt sagen, schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber egal, wir ziehen's durch. Ich versuche ihn so lange, bis ich ihn gemacht habe. Was glaubst du, wie viel Tri's vorher? Oh, ich bin ganz ehrlich. Ich hoffe, First Team, dadurch, dass er lange raus war, zwei bis drei. Aber ich hoffe, First Team. Oh, ich dachte, Save First Strike. Wir machen noch mal, wie gesagt, bis ich ihn geschafft habe. Oh, ich bin schwer als ich dachte, Digga. Ich habe gesagt, zwei oder drei, also einen hast du noch. Doch. Einen noch. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Hast du schon mal geflärt? Äh, ich habe die einmal bis jetzt geflärt. Okay, dann kannst du direkt einen 540 Flare machen, oder? Sollte drin sein. Sollte drin sein, okay. Wir gucken uns mal an, wie er ist, Digga. Ich habe richtig Gefühl, er macht den First Strike. Ich glaube richtig. Ja, auch entspannt, auch ganz entspannt bei Fronty Flare First Strike. Digga, ich glaube, ich bräuchte dafür 20 Versuche oder so. Wirklich, real top. Sehr nice auf jeden Fall. Digga, chillig. Richtig chillig. Okay, gut, jetzt machen wir mal den nächsten Call. Er darf jetzt alles nicht sagen, was ich machen soll. Ja, hau raus. Hast du eigentlich Bock auf einen Frontflip, oder? Ich habe, glaube ich, nur einmal einen Frontflip gemacht, seitdem ich mein Knöchel verletzt habe. Aber über die Resi, ne? Über die Resi machen wir. Du heilige Kacke. Komm, wir gehen über die Resi, dann mache ich mal einen Frontflip darüber. Ich gucke erst mal, aber ich denke mal, der soll drin sein, weil das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht, diese Flip. Eine Frage noch. Mit oder ohne Fastpant? Schwierig. Wir machen ohne. Wir machen ohne. Ohne Fastpant direkt. Und ich hasse ohne Fastpant. Ich mache wirklich nur mit Fastpant. Wirklich. Drops und so auch. Komm, wir heulen nicht rum. Ich habe keine Wahl, Digga. Wir müssen es machen. Aber ich habe ihn gemacht. Dafür, dass er so lange nicht gefahren ist, direkt Frontflip macht. Schon kratsch. Okay, zweiter Try. Zweiter Try. Ich hoffe, er wird einfach wieder ein Dry Try. Dry Try. Genau. Ich hoffe, er wird jetzt ein Drei-Versuch nochmal gehen. Digga, der war echt eklig. Das ist echt übertrieben gewesen. Nur auf dem Arsch. Wirklich nur. Letzter versucht er wird wieder. Alter! Ich dachte echt, dass ich nochmal länger brauche. Mein Arsch tut echt weh. Okay, gut. Ich wollte jetzt den nächsten Trick. Wir gehen jetzt mal. Park raus. Wir machen jetzt mal Rail-Combo. Mir gefällt mir. Glaub ich dir. Aber komm, wir gehen mal rüber. Guck einfach mal, was wir machen können. Also, wir sind jetzt beim Rail. Wir haben da vorne so ein Rail, was auch so ein bisschen runter geht. Und halt noch, ja, halt ein ganz normales Rail aus der Bank. Ich will jetzt einen sehen. Ein richtig übertriebener. Wenn ich den machen würde, ich würde glaube ich zwei Tage dran sitzen. Aber du machst jetzt ein Whip Bar Front Board. Hier an diesem Rail. Oder willst du noch irgendwas one-upen? So einen auf dem so whipen raus oder so. Ich mach spontan. Okay, er macht spontan. Okay, gefällt mir. Das ist aber besser. Hier einfach durch. Whip Bar Front Board. Und dann mal gucken, was noch kommt. Falls überhaupt was kommt. Wenn nicht. Ist auch nice. Whip Bar Front Board ist schon heftig. Wir gucken einfach mal. Oh! Das war Whip Front Board Whip, ne? Ja, genau. Jetzt nächster Trick. Finde noch ein Bass. Ja, genau. Wollte grad sagen. Er muss ja Whip Bar Front Board machen. Und diesmal hat er es nicht vollstry geschafft. Gott sei Dank. Ich bin jetzt immer auf der Kacke. Okay, gut. Kann's, Bro. Whip Bar Front Board. Oh! Digga, aber der ist wirklich schwer. Sag ehrlich. Ja, ist schon gut schwer. Komm weiter zur Zweite. Der Dritte meinst du? Du hast schon zwei Trights gemacht. Komm, dritter Versuch. Den musst du jetzt schaffen, Digga. Ja, chillig. Oh, was? Whip Bar Front Board. Whip, willst du dich verarschen, Digga? Sehr nice. Spontan gewesen. Ja, wollte grad sagen. Heftig, Digga. Ich bin beim Rail absolut schlecht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also bitte keine Rail Tricks, Mann. Okay, ich bin jetzt gerade mit dem nächsten Call. Hau raus. Was soll ich machen? Ja, ich feier für Mädchen. Ja. Und da gibt's ja immer so spezielle Tricks, wozu mich hier bekannt geworden ist. Ah, ja. Das ist so ein Oldschool-Trick. Oldschool-Trick. Okay, Oldschool-Tricks. Aber jetzt mach mich irgendwie Inval oder so. Nee, nee, nee. Dann hau raus. Putzjam. Putzjam. Oh, okay. Das geht nicht auf mein Knöchel. Das geht klar. Da ich mir ausrufe, wo? Ich mach wo du jetzt. Ach du Kacke, Digga. Das wird echt eklig. Also flat auf gar keinen Fall. Wir machen hier hinten an der Quarter. Da ist eine Holzbox. Und da hinten an der Holzbox, die Quarter, die werde ich putzjam. Ist auch ein bisschen angeschreckt. Ich glaube, das geht ein bisschen klar. Ich hoffe, der geht First Try. Also das sage ich jetzt eigentlich die ganze Zeit schon. Der ist nie First Try. Aber der wird jetzt hoffentlich First Try sein. Komm schon. First Try. Ohohohoho. Ey, wir machen den Stretching Green. Der macht jetzt schon. Besser, oder? Ja, geil. Ja, ich glaube der war tief. Okay, Putzjam. Easy geschafft. Sehr nice. Der erste Trick First Try. Sehr nice. Okay, gut. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Bei ihm kann man alles machen. Er macht Street und Park. Deswegen hat man so viel Auswahl, die man machen kann. Aber mir fällt halt absolut nichts ein. Wir werden das jetzt so machen, da ich ja gerade hier an dieser Holzbox war. Und Putzjam gemacht habe. Du darfst jetzt einen richtig schweren Trick machen. Ich bin absolut ein Fan von Rotorbus. Bist du ein Fan von Rotorbus? Ja. Sehr gut. Wir machen jetzt mal, also nicht ich, sondern er. Er macht jetzt einfach mal ein Fingerrotor-Table. Also halt so. Geht das klar? Ja, ja. Pass doch mal. Alle Tricks, die ich calle, gehen klar. Easy. Muss er eben. Er muss ihn, bis er es geschafft hat einfach machen. Was sagst du? First Try? Second Try? Ich sag First Try. Ich sag auf dem zweiten. Safe. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Okay, allererster Try. Okay, allererster Try. Was ist das denn mit der Kacke hier? Bin ich verarschen. Das ist nicht normal. Sehr nice, Mann. Dankeschön. Er hat ihn noch nie über die Rampe gemacht. Du hast nur hier rüber gemacht. Ich hab die ganze Zeit hier rüber noch. Jetzt bin ich wieder dran. Alles First Try. Alles First Try bei dir. Das ist nicht normal. Alles klar. Nächster Trick. Mach's nicht asozial. Mach keine wieder Flipkommos oder so. Ja, okay, aber. Ich muss ja jetzt die ganze Zeit Park schon fahren. Ja. Ich bin ja Streetfahrer. Ja. Und du bist Parkfahrer. Bin ich, ja. Jetzt kannst du mal einen Streetclip machen. Du Kacke, Mann. Und Board Slide ist viel zu easy. Warte, aber am Rail? Am Rail. Digga, ich müsste euch vorstellen. Ich glaube, ich kann gar nicht Rail fahren. Du bist gar nicht. Ich werde das jetzt ein bisschen upgraden. Okay, ho rein. So rüber sprichst. Übers Rail noch. Mit deinem Deck. Okay. Ich will den sehen. Den kriegst du. Kacke. Digga. Mal wieder ein First-Trike-Clip. Mal wieder First-Trike. Wie immer. Kurzen Herzentakt. Ich auch. Ich dachte, ich knick um. Ich dachte, das wäre das jetzt wirklich. Aber ist es überhaupt gewachst? Ist gewachst, ist gewachst. Anfall, Digga. Noch fünf Trides oder so. Wow. Ich wollte tatsächlich noch den 1.80 machen. Hatte aber Angst, dass ich war kacke. Ehrlich. Digga, das ging echt schnell. I try's. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich will jetzt was sehen. Was wirklich gestörtes, geisteskrankes. Wir haben den Final-Tri-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip-Flip. Man muss ihn machen. Komm, wir gehen mal rüber. Ich zeig euch mal ganz kurz den Abstand, wie weit er ist. So, damit du Bescheid bist. Ungefähr ist das so ein Abstand. Also, wenn man wirklich von da aus dem Flair hier rein macht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon eine Ansage. Aber ich glaube, den macht er eh wieder First-Try. Okay, bist du ready? Ja, ich bin ready. Aber... Hast du Angst? Sag ehrlich. Ist eklig, oder? Schon gut. Ist wirklich weit vom Ding her. Aber ich glaube, das schaffst du easy. mit der Schwungkraft Flair rein. Ganz easy First-Try, oder? Ja, krieg wir hin. Krieg wir hin. Okay, er ballert und... Oh! Yes! Easy! First-Try, Digga! Digga, das verkackst du fast jedes Mal, wenn ich... Bremsen kann ich noch nicht. Die Flicks gehen, aber Bremsen ist noch nicht so weit. Sehr nice, Mann. Okay, jetzt machst du mir den letzten Call. Hau mal raus, ich wills hören. Kommen wir auch zum Ende des Videos. Letzter Call für dich. Okay, hau raus. Ich bin ready, Digga. Wir machen 360 Whip über die Resi-Box, okay? Über die Resi-Box? Über die Resi-Box? Digga, ich würd sagen, den schaff ich. Sogar wirklich First-Try. Komm, wir gucken mal. Ich versuch den einfach mal. Ob ich ihn jetzt wirklich First-Try schaffe oder nicht, das weiß ich nicht. Wir gucken jetzt. Juhu! Boah, ja, First-Team! Ja! Sogar wirklich First-Team! Sehr nice! Freunde, ich würd sagen, das war's für die Video. Wenn ihr dieses Video gefallen habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Checkt gerne bei Timon ab unten in der Videobeschreibung. Haut rein, habt noch einen geilen Tag. Peace, Freunde!